Herzlich willkommen auf meiner Homepage. Ich bin Ralf Kapschack, der Bundestagsabgeordnete für den nördlichen Enneprohrkreis. Das sind die Städte Hattingen, Herdecke, Spruckhöfe, Wetter und Witten. Die Bürgerinnen und Bürger in dieser Region haben mich mit deutlicher Mehrheit gewählt und als ihren Abgeordneten nach Berlin geschickt. Herzlichen Dank dafür. In Berlin möchte ich mich einsetzen für mehr soziale Gerechtigkeit. Das heißt zum Beispiel einen gesetzlichen Mindestlohn, der diesen Namen verdient. Das heißt zum Beispiel beste Bildung für alle Kinder, damit Zukunftschancen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Und das heißt nicht zuletzt mehr Geld für unsere Kommunen, damit die finanziell wieder auf die Beine kommen. Wir haben auf dieser Homepage einige Informationen für Sie zusammengestellt. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Kritik, melden Sie sich bei mir. Ich melde mich bei Ihnen. Versprochen.